Nachdenkseiten. Die kritische Website. Auf den Spuren deutscher Besatzer. Besuch im Donbass im Mai 2005. Donetsk, Bachmut und Konstantinowka. Ein Essay von Leo Ensel mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge. Im Beitrag Der Wehrmachtsoffizier, der seinem Land die Niederlage wünschte, hat unser Autor über die Recherche der Kriegsroute seines Großvaters berichtet. Im Mai 2005 fuhr er in den Donbass, um die genauen Orte zu besichtigen und sich mit Veteranen zu treffen. Die Reise führte ihn auch nach Bachmut. Später, im Frühjahr 2018, verfasste er darüber einen Essay, den wir aus Gründen der Aktualität hier noch einmal unverändert veröffentlichen. Im Mai 2005 flog ich zum ersten Mal nach Kiew. Wie so oft war es das Goethe-Institut, das mich eingeladen hatte, ein interkulturelles Training dieses Mal mit ukrainischen Deutschlehrerinnen durchzuführen. Da ich im Jahr zuvor intensiv zur Kriegsroute meines Großvaters recherchiert hatte, die ihm von Juni 1941 bis Juli 1943 quer durch die Ukraine, über den Donbass in den Kaukasus, und dann auf die Taman-Halbinsel am Asowschen Meer führte, wollte ich die Gelegenheit unbedingt nutzen, auch in den Donbass zu fahren. Wo mein Großvater von November 1941 bis Juli 1942 in den Städten Konstantinowka und Artemovsk, beide 80 Kilometer nördlich von Donetsk, ein Armee-Lazarett geleitet hatte. Mein sentimentaler Traum. Genau dort, wo mein Großvater im Zweiten Weltkrieg als Soldat sein musste, interkulturelle Trainings durchzuführen und Menschen kennenzulernen, die mir bei der Recherche vor Ort und beim Kontakte knüpfen mit Veteranen behilflich sein könnten. Mit Seminaren in den genannten Städten klappte es zwar nicht, weil das Goethe-Institut dort keine Partnerorganisationen hatte. Dafür machte es das Kiewer Goethe-Institut möglich, dass ich Seminare in Donetsk und Gorlovka, wo mein Großvater ebenfalls zeitweise gewesen war, durchführen konnte. Ich vertraute fest auf das Prinzip, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden. Das im post-sowjetischen Raum ja so gut funktioniert. Irgendwie würde ich über meine Seminare schon eine Person kennenlernen, die mich nach Artemovsk, das ist das heutige Bachmut, und Konstantinowka bringen, vielleicht sogar aus einem der Orte stammen würde. Kiew im Song-Contest-Fieber Kiew im Mai Überall blühten die Kastanienbäume. An den Straßenrändern verkauften die ukrainischen Babuschkas, Flieder und Maiglöckchen. Die Stadt war im European Song-Contest-Fieber. Im Jahr zuvor hatte die Ukraine den Wettbewerb gewonnen, nun wurde er in Kiew ausgetragen. Auf dem Maidan, dem Kreshtchatschik und dem Andreas-Steig herrschte ein buntes Durcheinander von Ständen mit Devotionalien der Orangen Revolution. Orden, ausrangierte Uniformen und andere Militarier von Wehrmacht und Roter Armee. Und einem Büchertisch mit sämtlichen Klassikern der antisemitischen Literatur, von den Weisen von Zion bis zu Hitlers Mein Kampf auf Russisch und Deutsch. Gedruckt in Moskau. Mein einwöchiges Seminar verlief wie im post-sowjetischen Raum üblich. Die Germanistinnen waren hoch motiviert. Die präsentierten Deutschlandbilder genau wie in Russland, Belarus und Kasachstan. Die Arbeit machte uns allen großen Spaß. Nahezu alle Teilnehmerinnen sympathisierten mit der Orangen Revolution. Einige hatten sich an den Maidan-Demonstrationen ein halbes Jahr zuvor aktiv beteiligt. Eine gewisse Ernüchterung war allerdings bereits spürbar. Am Sonntag, den 22. Mai, bestieg ich um 19 Uhr den Zug nach Donetsk. Donbass. Eine andere Welt. Als ich am nächsten Morgen um 7 Uhr 750 Kilometer weiter östlich in Donetsk ankam, fand ich mich in einer anderen Welt wieder. Schon um diese Uhrzeit war es sehr heiß. Bereits auf dem Weg ins Zentrum sah ich die ersten großen Abraumhalden vom Kohleabbau, die mitten in der Stadt an vielen Orten anzutreffen sind und im Stadtbild wie in der ganzen Region charakteristische Akzente setzen. Donetsk. 1,1 Millionen Einwohner. Hauptstadt des Donbass, dem Zentrum der Schwerindustrie in der Ostukraine und 150 Jahre jung. Keimzelle der Stadt war eine Siedlung um eine metallurgische Fabrik, die 1869 von dem Waliser John Yuchis gegründet wurde. Daher auch der russifizierte Name, den die Stadt bis zum Jahr 1924 trug, Yusovka. Zwischen 1924 und 1961, also auch zur Zeit der deutschen Besatzung, führte sie den Namen Stalino. Stadt und Umland, das wusste ich, hatten während des Krieges fürchterlich gelitten. Nach der Befreiung Anfang September 1943 waren im Gebiet Stalino Massengräber mit insgesamt über 300.000 Menschen, Zivilisten und sowjetische Kriegsgefangene gefunden worden, die von den deutschen Besatzern erschossen, erhängt, im Gas erstickt oder lebendig die Förderschächte hinabgestoßen worden waren oder, das betraf vor allem sowjetische Kriegsgefangene, in den Lagern an Hunger, Kälte, Entkräftung und Seuchen gestorben waren. Wie überall hatten die Deutschen tausende Juden erschossen oder mit Gaswagen ermordet. Große Teile der jüngeren Bevölkerung waren als Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich deportiert worden. Der vor Ort verbliebene vorwiegend ältere Teil hungerte fast zwei Jahre lang, da die 17. Armee, die das Gebiet mit 250.000 Mann und 65.000 Pferden besetzt hielt, sich aus dem Lande ernähren sollte, um die Lebensmittelversorgung im Deutschen Reich nicht zu belasten. Nach Ende der Kampfhandlungen war die Stadt fast vollständig zerstört. Es war mein Geburtstag. Ich wurde 51. Und es ging mir sehr ans Herz, als ich mir klarmachte, dass im Februar 1942 mein Großvater 80 Kilometer weiter nördlich, in Konstantinowka, unter gänzlich anderen Umständen ebenfalls 51 Jahre alt geworden war. Ich war einfach nur dankbar, dass ich niemals Krieg erleben und im Donbass nicht als Besatzer sein musste, sondern mich hier mit meinen Fähigkeiten nützlich machen konnte und vielleicht sogar mit den vielen Fotos meines Großvaters, die er in Konstantinowka und Artemovsk aufgenommen hatte, noch einen späten Beitrag zur Versöhnung mit den Menschen vor Ort leisten könnte. Wir fuhren vorbei an einer neuerbauten orthodoxen Kirche. Die breiten Straßen und großen Gebäude, viele von ihnen im Stalin-Stil der 50er Jahre, waren überraschend gut in Schuss. Ich sah, womit ich in dieser Gegend gar nicht gerechnet hatte, viele großzügig angelegte Grünanlagen. Zwei große künstliche Seen, die das Stadtzentrum einrahmten, und meine Begleiterin klärte mich auf, dass Donetsk nicht nur Stadt der Schwerindustrie, sondern auch die Stadt der Millionen Rosen sei. Das erinnerte mich an Lipetzk in der Schwarzerderegion, Kurort und ebenfalls Zentrum der Schwerindustrie. Solch abenteuerliche Kombinationen gab es nur in der Sowjetunion. Nach einigen Tagen im Donbass konnte ich den Stolz der Donetsker auf die Millionen Rosen, von denen man in der Tat viele im Stadtzentrum bewundern konnte, besser verstehen. Alles war in mühevoller Arbeit der Steppe abgerungen worden. Die ehemalige Sowjetunion ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und nach meinem Seminar in Donetsk hatte ich, wie erhofft, zwei Frauen gefunden, die mir weiterhelfen konnten. Marina wollte mit mir nach Artemovsk fahren. Und Lilia stammte sogar aus Konstantinowka. Dazu hatte man mir zum Geburtstag eine Flasche Krim-Sekt aus der Artemovsker Sektkellerei geschenkt. Bereits einen Tag später war ich in der Stadt, in der mein Großvater vom 19. Dezember 1941 bis zum 12. Januar 1942 ein Kriegslazarett geleitet hatte. Im Schrifttext ist an dieser Stelle eine Fotografie von Viktor Becker verlinkt. Es stellt die Chirurgie des städtischen Krankenhauses Konstantinowka im Januar 1942 dar, das von der Wehrmacht als Armeefeldlazarett beschlagnahmt worden war. Die Mauer der Tränen Hügelige Steppenlandschaft mit Terrikonen und Datschers auf den staubigen Strecke von Donetsk über Gorlovka nach Artemovsk, einer Stadt, die aufgrund der nahegelegenen Gips- und Salzstollen lange vom Salzhandel gelebt hatte. Das Krankenhausgebäude, in dem mein Großvater gearbeitet hatte, war schnell gefunden. Aber im Heimatmuseum, wo ich der Leiterin eine CD mit Fotos übergab, die mein Großvater während der Besatzungszeit von der Stadt aufgenommen hatte, erlebte ich einen Schock. Ich sah ein Plakat mit folgendem Aufdruck in russischer Sprache. Zitat Mittwoch, den 7. Januar 1942 Aufruf an die Juden der Stadt Bachmut Erstens Aus Gründen einer isolierten Unterbringung haben sich alle Juden der Stadt Bachmut, Männer und Frauen aller Altersgruppen, am Freitag, den 9. Januar um 8 Uhr morgens im Raum des ehemaligen Eisenbahn-NKWD-Gebäudes im Park einzufinden. Zweitens Jede Person darf Gepäck bis zu 10 Kilo und auch Lebensmittelvorräte für 8 Tage dabei haben. Drittens Am oben erwähnten Sammelpunkt sind Wohnungsschlüssel mit Angaben des Namens und der Adresse, also Straße und Hausnummer des Wohnungsbesitzers, abzugeben. Eintritt in leere jüdische Wohnungen und Mitnahme von irgendwelchen Gegenständen aus diesen Wohnungen durch Zivilisten ist als Plünderung anzusehen und wird mit dem Tode bestraft. Viertens Nicht Beachtung dieser Anordnung, insbesondere unpünktliches Erscheinen oder Abwesenheit am angegebenen Sammelort wird aufs Strengste bestraft. Fünftens Juden, die irgendwo angestellt sind, haben zu kündigen. Der Bürgermeister Zitat Ende Die Leiterin des Heimatmuseums erzählte mir den weiteren Verlauf der Ereignisse. Zwischen dem 9. und 12. Januar 1942 wurden ca. 3000 Juden aus der Stadt von Mitgliedern der Einsatzgruppe C unter logistischer Mithilfe der 17. Armee in einen Stollen eines ehemaligen Gipsbergwerkes nahe der Stadt verfrachtet und dort 50 bis 70 Meter unter der Erde bei lebendigem Leibe eingemauert. Um die Aktion zu vertuschen, wurden die Wände des Stollens abgesprengt. Im September 1943, nach der Befreiung der Stadt durch die Rote Armee, wurde nach einigen Suchen die Leichen entdeckt und geborgen. Da die Leichen aufgrund der ungewöhnlichen Klimaverhältnisse im Stollen, permanente Temperatur von 12 bis 14 Grad sowie eine Luftfeuchtigkeit von 88 bis 90 Prozent nicht verwest, sondern mumifiziert waren, konnte eine Reihe von ihnen identifiziert werden. Die Umstände der Ermordung der Artemowsker Juden war nach dem Kriege Gegenstand der Nürnberger Prozesse. 9. bis 12. Januar 1942 Das war genau während der Zeit, als mein Großvater in Artemowsk das Kriegslazarett geleitet hatte. Schwer vorstellbar, dass er davon nichts mitbekommen hätte. Aber die Geschichte geht noch weiter. Es stellte sich nämlich heraus, dass genau die klimatischen Bedingungen, die die Mumifizierung der Leichen bewirkt hatten, zugleich ideale Bedingungen für die Herstellung von Sekt sind. Im Jahr 1950 wurde daher in demselben Bergwerk eine Fabrik für den Krim-Sekt Artemowskoye eingerichtet. Genau der Sekt, den man mir einen Tag zuvor zum Geburtstag geschenkt hatte. Als ich drei Tage danach nochmals nach Artemowsk fuhr, besichtigte ich auch die Sektfabrik und ließ mich durch die tief unter der Erde gelegenen Salzstollen führen. Die Leiterin der Besichtigung erzählte von sich aus die gesamte Geschichte und führte uns auch zu dem entsprechenden Ort, zur Mauer der Tränen, aus der bislang aus ungeklärten Gründen immer wieder Wassertropfen hervorquellen. Dort hatte man eine kleine Gedenkstelle mit eingelassenen Skulpturen, Blumen und Leuchten eingerichtet, die entfernt an eine Seitenkapelle erinnert. Meinen spontanen Vorsatz, niemals wieder Artemowskoye zu trinken, habe ich nicht eingehalten. Aber jedes Mal denke ich zuvor an die Mauer der Tränen. Erfrorene Füße sind erfrorene Füße Es war mein vierter Tag im Donbass, als ich mit der Elektrischka von Eisenbanknoten.netz-Makajewka in die Industriestadt Konstantinowka fuhr, wo mein Großvater fast ein halbes Jahr lang ein Armeelazarett geleitet hatte. Dieser Zeitraum war nicht nur durch seine Tagesnotizen, sondern auch mit über 50 Fotos gut dokumentiert, die neben dem Lazarettalltag auch die Stadt selbst und auch einige Frauen aus der lokalen Bevölkerung zeigten, die von den Deutschen für die Arbeit im Lazarett Dienst verpflichtet worden waren. Ich wollte diesmal nicht nur Orte verifizieren, sondern mich vor allem mit Veteranen treffen, um von ihnen zu erfahren, wie sie die Zeit der deutschen Besatzung erlebt hatten. Lilia, die ich am Montag in Donetsk kennengelernt hatte, hatte das typisch sowjetische Improvisationskunststück fertiggebracht, innerhalb kürzester Zeit in ihrer Heimatstadt alles zu organisieren. Klopfenden Herzens betrat ich mit Lilia den kleinen Raum der Veteranen in der Stadtverwaltung von Konstantinowka. Dort saßen etwa zehn ältere Frauen, fast alle über 70, und ein sehr vitaler gleichaltriger Mann, der mich gespannt anschaute. Die Lokalzeitung hat eine Journalistin geschickt, die eifrig mitschrieb. Ich erzählte den Menschen, dass ich ihnen guten Gewissens sagen könne, dass mein Großvater als bekennender Katholik und Leiter eines katholischen Krankenhauses kein Faschist war. Er ging dem Regime gegenüber so weit es ging auf Distanz und wurde einmal sogar von der Gestapo vorgeladen, weil er versucht hatte, seine jüdischen Ärztekollegen so lange wie möglich am Krankenhaus zu halten. Nach dem Krieg hatte er mit viel Wärme über die Menschen in der Sowjetunion gesprochen und dabei auch zwei medizinische Mitarbeiterinnen aus Konstantinowka namentlich erwähnt. Aber natürlich war er ein Okkupant, wenn auch ein Okkupant wieder willen. Auch er habe, wie alle deutschen Besatzer, ihnen das Essen weggegessen. Ich könne ihnen anhand seiner Tagesnotizen sogar noch sagen, was er Weihnachten 41 im Donbass verspeist habe, Schweinebraten, Pute und mächtige Weihnachtsstollen. Ich fragte die Veteraninnen, was sie denn während der Okkupationszeit gegessen hätten. Die Alten schauten mich an wie ein Auto. Was wir gegessen haben? Gras und verfaulte Kartoffeln haben wir gegessen. Ich zeigte ihnen Fotos meines Großvaters aus den verschiedenen Phasen seines Lebens. Und als wir beim Alter von 65, 70 Jahren angekommen waren, da ging auf einmal in den Gesichtern der Babuschkas die Sonne auf. Was für ein sympathischer Mann! Natürlich erregten die Fotos von Konstantinowka während der Besatzungszeit größtes Interesse. Das sind die ersten Fotos unserer Stadt aus der Zeit der Besatzung. Wir hatten bis jetzt keine. Ich wollte gerne einige Orte verifizieren und zeigte ihnen Fotos des Armee-Lazarettes. Die alten Menschen erkannten es sofort. Das ist unsere Chirurgie! Die deutschen Besatzer hatten sich mit ihrem Lazarett in der Chirurgie des städtischen Krankenhauses einquartiert. Alle fingen sofort an zu rätseln, wer wohl die abgebildeten lokalen medizinischen Mitarbeiterinnen meines Großvaters gewesen sein könnten. Als es an die Fotos vom Lazarett-Alltag ging, warnte ich die Veteraninnen. Ich kann Ihnen die Fotos zeigen. Darunter sind auch Fotos von erfrorenen Füßen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass dies natürlich Fotos von erfrorenen Füßen der deutschen Besatzer sind. Wollen Sie sie dennoch sehen? Die Antwort der ukrainischen Babuschkas aus dem Donbass? Erfrorene Füße sind erfrorene Füße. Ich hätte sie küssen können. Es war wie immer. Von Hass. Keine Spur. Dafür die Erleichterung, ja fast Dankbarkeit, dass sich endlich, endlich mal jemand aus dem Land der Besatzer für ihre Erfahrungen interessierte. Immer wieder wurde betont, die deutschen Ärzte im Krankenhaus hätten auch Menschen aus der lokalen Bevölkerung behandelt. Ich schenkte den Veteranen zum Abschied eine CD mit allen Fotos. Sie verabschiedeten mich mit viel Wärme und überreichten mir im Gegenzug das Gedenkbuch für die Opfer ihres Oblasts, also Regierungsbezirkes. Mein Besuch hatte ein Echo in der Lokalpresse. Der Artikel der Journalistin enthielt einen Aufruf an die alten Menschen, Erfahrungsberichte aus der Okkupationszeit zu verfassen und an die Lokalzeitung zu senden. Einige Wochen später erschienen, illustriert mit Fotos meines Großvaters vom Besatzungsalltag in Konstantinowka, vier Berichte, von denen ich zwei auszugsweise zitiere. 22 Monate Hunger, Erniedrigungen und Angst von A.F. Bolonskaya In den ersten Kriegsjahren ist mein Mann an die Front gegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dieser Verlust und 22 lange Monate der Besatzung, das war das Schrecklichste in meinem Leben. Die Fenster unseres Hauses gingen auf die zentrale Straße, die Krasnaya. Ich habe gesehen, wie durch diese Straße fast jeden Tag Leute getrieben wurden. Zuerst waren das unsere Kriegsgefangenen, ins KZ oder zum Erschießen. Später wurden die Arbeiter und die Jugend zum Bahnhof getrieben, wo sie auf die Güterwaggons nach Deutschland warteten. Wer aus der Reihe herauslief, wurde an Ort und Stelle erschossen. Bis jetzt höre ich noch das schauerliche Geschrei einer Frau in meinen Ohren, deren Bruder vor ihren Augen erschossen wurde. Um nicht sogenannte Ostarbeiter zu werden, kratzte ich mir und den Kindern Füße und Beine auf und rieb sie danach mit Knoblauch ein, damit sie anschwollen. So haben das damals viele gemacht. Die Deutschen glaubten, es sei eine Infektion und schickten diese Leute nicht zur Deportation. Nicht weit von uns befand sich die Gestapo. Es gab keinen Tag, an dem nicht eine Person dorthin zur Vernehmung geführt wurde. Nur sehr wenige kamen von dort wieder heraus. Es sei denn, dass sie in den gedeckten Planenwagen außerhalb der Stadt zum Erschießen hinausgefahren wurden. Dieses Los traf auch sehr viele Arbeiter unserer Glasfabrik. Ich wohnte ständig in Angst und wartete, dass ich einmal abgeholt würde. Die Erinnerungen an diese Ereignisse lassen mich noch bis jetzt nachts nicht einschlafen. Und an etwas Gutes kann ich mich nicht erinnern. Sie hatten auch Kinder. Von Edward Karpunow. Ich war damals drei Jahre alt. Ich erinnere mich selbst nicht, aber mein älterer Bruder hat mir Folgendes erzählt. Unsere Mutter ließ uns für lange Wochen allein und ging in die Dörfer, um Kleidung gegen Essen zu tauschen. Einmal gab es im Haus kein Brot und keinen Zwieback mehr und die Mutter war noch nicht zurückgekehrt. Wir aßen schon drei Tage lang nichts. Ich weinte ständig und mein Bruder konnte es nicht mehr ertragen. Da führte er mich an den Zaun des deutschen Lazaretts, das sich in der Schule Nummer eins befand. Zu Hause erschrak er. Er kehrte zurück, aber ich war nicht mehr da. Bis zum Abend stand er vor dem Zaun. Er wurde vertrieben und versteckte sich in der Hoffnung, dass ich irgendwo in der Nähe herumschlenderte und mich sehen lassen würde. Sonst würde die Mutter ihn töten. Als es zu dämmern begann, öffnete sich die Zauntür und ein Deutscher kam mit einem Leib Brot in den Händen und führte mich hinaus. Der Saum meines Hemdchens war vollgestopft mit Gebäck und Bonbons. Dem Bruder wurde befohlen, mich morgen wieder hinzuführen. So viel er verstanden hatte, hat es den im Lazarett behandelnden Fritzen gefallen, mit dem aufgedunsenen Kind, das rosafarbige Wangen hatte, zu spielen. Viele von ihnen hatten doch zu Hause auch Kinder. Später tauchte bei mir noch so ein Freund auf. Aus der Brotwarenfabrik gegenüber dem Lazarett. Er hieß Paul und immer wenn er durch das Fenster mich sah, hatte er für uns ein Viertel und manchmal die Hälfte eines heißen Brotes. Ich selbst kann mich schon daran erinnern. Besonders als Paul einmal nicht herauskam. Wir standen mit dem Bruder und warteten. Plötzlich wurde unser Deutscher in Handschellen hinausgeführt und man begann, ihn in das gedeckte Fahrzeug hineinzustoßen. Ich lief zu ihm und er rief, Liebe wohl, Edward. Das Fahrzeug fuhr weg und ich fiel auf den Weg hin und weinte lange. Nachtrag Während der ganzen Woche meines damaligen Aufenthaltes im Donbass habe ich keinen einzigen Menschen getroffen, der für die Orange Revolution gewesen wäre. Alle zeigten sich deutlich reserviert gegenüber den Kieven und den Menschen im Westen des Landes. Und es schwangen deutlich vernehmbar Kränkungen mit. Die haben uns während der Wahlkämpfe Hornochsen genannt. Mir wurde klar, dass die ganze Region hier völlig anders tickt. Am ehesten vielleicht vergleichbar mit den Bayern in Deutschland. Gorlovka gehört jetzt zur selbsternannten Donetsker Volksrepublik. Konstantinovka war zeitweise von den Rebellen besetzt, wurde aber im Sommer 2014 von Truppen der Kiefer Zentralgewalt zurückerobert. Artemovsk heißt seit 2016 wieder Bachmut und ist jetzt ein Vorposten der ukrainischen Armee. Die Bahnlinie Donetsk-Konstantinovka wurde gekappt. Eine Busfahrt, die mehrere Grenzposten passieren muss, dauert jetzt acht Stunden. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Inhalte 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 Inhalte